Yo, servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Benji. Wir haben 100 SBC-Packs geöffnet und es hat sich heute wirklich mal ausgezahlt. Schreibt in die Kommentare, ob ihr schon mal einen Backlack in denen hattet. Das war gefühlt mein erstes Mal, aber heute war es gut, Freunde. Argentinien, ich liebe euch. Lasst einen Daumen noch um auf dem Video, wenn es euch gefällt. Und abonniert den Kanal, wenn ihr neu seid. Checkt meine Leistungs aus. Link ist in der Beschreibung immer live auf Twitch. Uhrzeiten sind unterschiedlich, deswegen macht ihr die Logge an. Und dann viel Spaß mit dem Video. PSN Code trägt ihr am schnellsten und besten bei VGO Shop. Ja, die günstigsten Codes im Netz und am schnellsten auch noch. Ja, nutzt NRG Kappa für Rabatt. Link in der Beschreibung. Wir müssen aber als allererstes 100 SBC-Packs öffnen, Freunde. Und in dem Sinne hast du auch CL81-Plus-Packs. Nein, weil die ja erst, wann kamen die raus? Keine Ahnung, gestern oder sowas. Da waren die noch nicht da. Und deswegen haben wir jetzt nur zwei Spieler-Packs. Wir husteln die direkt runter, damit wir gleich die Rewards öffnen können, Chef. Wir husteln die direkt runter. Das, äh, weil... Ich wollte eigentlich die gestern aufmachen. So, ich sag's jetzt. Ich wollte die eigentlich am Mittwoch aufmachen. Wir haben's jetzt Donnerstag. Aber gestern, wie gesagt, lag ich ja flach im Bett wie ein Ohrschlöschel. Deswegen habe ich's gestern halt nicht geschafft. Deswegen müssen wir das jetzt heute hier hinter uns bringen. Aber das kriegen wir hin, Freunde. Der hat direkt der erste Schlitz am Start. Kein Walkout. Frankreich IV, 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 Stürmer. Haller. Egal, erstes Schlitz, Baby. Erstes Schlitz am Tag heute. Guten Morgen. Mit einer schönen Kaffee hier auch in den Morgen eingestartet. Ist immer was besonders Tolles. Und dann... Wow, Champions League Card gibt's auch drin. Habt, Chat. Habt ihr das Pack gesehen? Habt ihr das Pack auf Twitter gesehen? Habt ihr nicht gesehen, oder? Wer hat das heute Morgen geretweetet? Achtung, Chat. Ihr glaubt euren Augen nicht. Ihr glaubt euren Augen nicht. Zwei Champions League 81 plus Packs. Okay. Mess diesen Pack. Ist schon mal stark. Ist schon mal very, very stark, ja? Very stark. Der war gar nicht da anscheinend. Hat den gar nicht gejuckt. Macht das Pack auf. Weiter. Willst du mich... Willst du mich eigentlich verarschen? Willst du mich verarschen, du Pisser? Ihr seht nix? Wieso seht ihr nix? Deine Cam ist im Weg. Wo ist denn hier meine Cam im Weg? Das ist doch mein Bildschirm, den ihr gesehen habt, oder nicht? So, besser. Seht ihr das jetzt hier? So, hier. Messi. Und dahinter macht er auch Ronaldo noch mit drin. Alter. Die Teasys haben schon wieder eine Icon gezogen. Die Teasys haben schon wieder eine... Ich... Warum? Warum immer die und nicht... Ich nie. Ich nie. Warum ich nie? Why are you doing this, Tobi? Hey. Simon Bechtschall ruft mich an. Na, du Wichser. Mensch, Junge. Hä? Zieh die Nachricht in der Gruppe zurück. Ich hab doch Timo verarscht. Fuck, da hab ich ja drauf geachtet. Zieh die Nachricht zurück. Digga, der ist am Feiern. Der hat mich grad schon sechs Zimmer angezogen. Was für ein langer ich doch bin. Okay. 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 Okay, ich hab nix gesagt. Scheiße. Wie lösche ich die Nachricht? Löschen. Für alle löschen. Für alle löschen. Okay. 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 Wow, verarscht der wieder Timo. Och, Mann. Alter. Der arme Junge. Wird mit dem seinen Nerven wieder gespielt. Prank-Time. Die Teasys wissen immer, was sie machen und was sie in ihren Titeln schreiben können. Muss man denen schon lassen, ne? Das wissen die immer. Am Freitag krieg ich neue Winterreifen. Ja, ich weiß. Bisschen spät. Walk it. Lackertalk it. Ich krieg am Freitag neue Winterreifen. Oder Probefahrt. Ich hab Probefahrt von der G-Klasse. Ich bin fucking gespannt, Fred. Ich bin wirklich gespannt. Und ich wünsche mir einfach so sehr, dass es eine geile Probefahrt wird. Dass ich mir sagen kann, oh ja, vielleicht doch. Vielleicht wird es ja wirklich was mit der Klasse. Mit der G-Klasse. Aber wenn das Auto scheißt ist, dann halt nicht. Aber ich will auf jeden Fall mal Probe fahren. Aber erinnere mich ja, wie es lebt. Hatte aus Silber 1 einen roten Werner. Und ich ziehe jetzt hier einen Walkout. Ja, fängt euch. Ja, komm. Renato. Ne, Renato. Schlitz. Müssen wir feiern fürs Bestop. Juhu. Ja. Check, check. Eins, zwei, drei. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Blau Walkout. Portugal. ARF. Oh. Ah, Siti. Siti. Oh. Green. Äh. Higuain. Nein. Oh. Ihr Penners. Ihr Penners. Ihr Penners. Warum? Einmal im Leben müssten die immer gönnen, Mann. Einmal im Leben müssten die immer gönnen, Amanda Jackson. Huh. Komm schon. Und jetzt ziehen wir hier. Walkout. Ja, Baby. Bitte. Oh, ich spiel nicht mit meinen Nerven. Ich schaue. Ja. 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 Ich wusste doch, die werden gönnen. Ich wusste, die werden gönnen, Mann. Ich wusste, die werden irgendwann gönnen. Warum nicht im Blau? Jetzt wollen die mich aber brutal. Ich werde euch finden und ich werde euch. Geil, oder? Geil. Wie geil war das damals? Timo und Pumba. Aber halt. Das ist natürlich für König der Löwner. Timo und Pumba waren... Ein Timo und Pumba sind wie Teasy Schubech. Dumm und dümmer. Eigentlich ein guter Vergleich, wenn man ehrlich ist, ne? Nein. Damals auch auf Videokassette gehabt, Alter. Und darauf wäre jetzt ein Walkout. Ich dachte gerade, vielleicht wäre das so ein Walkout. Ich habe es gesehen, das wäre jetzt ein Kreuz. Ah, ihr Ehrenmänner, ihr Ehrenmänner. Jeder, jeder wäre als Kind gerne einer von der Gummibärenbande gewesen. In Form Walkout. Zürcher, das ist aber High-Rated, oder? Da kann man klatschen. Da kann man ruhig klatschen. Da kann man klatschen. Das ist ne SBC King. Aber sowas von für ein Zwei-Spieler-Pack. Da kann man klatschen, Chat. Aber sowas von mir hinter. Und mit Gemütlichkeit kommt auch mein Glück zu dir. Hands gone in den Laden rein. Komm schon. Gönn mir doch was aus den Packs raus, Jucke. Walkout. Jetzt läuft es auch. Halt deinen Maul. Die Bahner. Die Bahner. Ey, die Bahner. No Head Gaming hat Backlack, Baby. What is that in here? What is that in here? Jucke, wer meines Streams nicht guckt, ist ein Ohrschloch, Alter. Geil. Mit den Argentiniern haben wir es wirklich heute. Aber sowas von intim am Start ist mir scheidegal. Kommt alle her. Ich küsse euch ab. Die ganze argentinische Nationalmannschaft. Das ist das letzte Zwei-Spieler-Pack, ne? Bänden wir wenigstens mit einem Schlitz. Innenverteidiger. Mit Matuidi bänden wir. Ganz ehrlich. Diese. Ich bin ehrlich mit euch. Die 85... Die sind kacke. Die sind kacke. Die sind kacke. Walkout. Die sind kacke. Hier, hier. Wir haben noch einen Pack. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich bin raus. Ciao. 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 Vielen Dank.